Frühstück für Morgenmuffel, der Podcast zu Perfektgeweckt mit Zettel und Sperr. Frühstück für Morgenmuffel, hallo Donnerstag, 11 Uhr pünktlich, Released, Zettel und Sperr hier aus Perfektgeweckt von Live Radio. Frühstück für Champions heißt das eigentlich. Was ist das Frühstück für Champions für dich? Keine Ahnung. Unser Kollege Flo Strohofer hat gerade gesagt, das ist ein Leberkass-Semmerl und ein Red Bull. Das ist ein Frühstück für Champions. Für mich ist ein Frühstück für Champions das, was ich jeden Tag mache, schwarzer Kaffee. Und was ist das, was du um kurz nach neun, nach unserer Sendung, isst jeden Tag? Was kommt da rein in diese Schale, in diese weiße? Genau das gleiche wie bei dir. Das ist wirklich, also jetzt nicht, weil wir jetzt irgendwie zusammenleben oder so, aber wir essen tatsächlich das gleiche Frühstück. Haferflocken, ich koche mir das immer auf mit heißem Wasser. Du tust das quellen über eine Stunde oder so. Haferflocken, dann kommt drüber ein Skür-Joghurt und dann tue ich mir Heidelbeeren rein und Himbeeren. Dann kommen Haselnüsse dazu und ein bisschen Honig. Bei mir sind Walnüsse drinnen. Habe ich Haselnüsse gesagt? Ich meine, ich verwechsel das immer, Walnüsse. Und bei mir sind auch noch Rosinen drinnen. Ah, das mag ich nicht. Ich schon. Rosinen mag ich nicht so gern. Ich mag Weintrauben, aber Rosinen nicht. Also du magst keine alten Weintrauben, sondern nur die frischen. Ich mag frische Weintrauben, aber die dann natürlich auch weniger Zucker haben. Aber das ist schon geil, oder? So gesundes Frühstücken, das hat schon was irgendwie. Ja, aber findest du das jetzt so gesund? Für mich ist das nicht so übermäßig gesund, weil es ist ja ein wenig als Kierst. Ja, schon. Von Brennwerttabelle, ja. Proteine. Ja, aber für mich so ein richtig gesundes Frühstück wäre jetzt so... Fisch. Forelle. Weiß ich nicht, was halt die Influencer so machen. Ich mache mir jetzt irgendwas mit Avocado und Ei drüber. Avocado ist nicht gesund. Und dann noch irgendwelche Samen und Kärnchen und Sprosssalen und keine Ahnung, schieß ich mich tot. Also ich finde meins gesund. Wenn irgendwer sagt, es ist nicht gesund, dann ist es halt eben nicht gesund. Es geht vor allem schnell. Genau. Und es sättigt gut. Und es schmeckt gut. Ja. Das ist wichtig. Ja. So, wir haben... Haben wir gerade gegessen eben. Genau. Nach unserem Essen, jetzt haben wir beschlossen, eine neue Folge von unserem Podcast aufzunehmen. Frühstück für Champions. Und was haben wir vorhin gesagt? Du wolltest ja unbedingt irgendwas erzählen, weil... Ich wollte dort über ein Thema reden, was wir ja eigentlich seit Anfang der Woche jeden Tag haben. Ja. Nämlich Wünsche, Träume... Genau, genau. Und Rechnungen. Zahlen wir ja jetzt gerade. Machen wir es jetzt Montag. Wir zahlen eure Rechnungen und zahlen eure Wünsche. Was hast du für Wünsche beziehungsweise Träume? Das wollte ich dich gerade fragen. Aha, okay. Hast du was überlegt? Wie jetzt genau definieren Sie Wünsche und Träume? Naja, wieso immer denn einen Wunsch und einen Traum definieren? Naja, ein Wunsch zum Beispiel kann sein, ich will gern fliegen, aber das ist ja unrealistisch. Wieso? Kannst du ja Piloten erscheinen machen. Achso, das stimmt. Boah. Gibt es irgendeinen, vielleicht rückblickend, irgendeinen unerfüllten Wunsch, der schon seit 10, 20 Jahren da ist, aber der sich einfach nie ausgegangen ist oder so? Oder jetzt nicht finanziell oder hat sich halt einfach nicht erfüllt? Ich glaube, ich habe das schon einmal erzählt in unserem Podcast. Ich würde gerne einmal mit dem Zug fahren, lange. Habe ich das schon einmal erzählt? Nein, Orient Express so mäßig oder was? Nein. Ich glaube, habe ich das nicht vor kurzem erzählt? Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich nicht zugehofft. Ich erzähle es einfach nur einmal. Es ist ein lang gehegter Wunsch von mir. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen im Fernsehen. Ich glaube, es war auf Arte oder so. Und das war eine Dokumentation über die Transsibirische Eisenbahn. Und da geht es darum, dass man in Berlin einsteigt. Die fährt dort weg. In Berlin fährt die Transsibirische Eisenbahn weg und fährt dann Richtung Russland. Es ist jetzt momentan schwierig, weil da Krieg und so scheiße. Aber normalerweise fährt die dort weg. Dann geht es, glaube ich, nach Polen und dann nach Weißrussland und dann nach Russland. Und dann fährt die runter bis nach Singapur. Und da ist man, glaube ich, so zwei Wochen unterwegs. Und in den zwei Wochen passiert nichts. Und das ist irgendwie geil. Aber steigt man da dann aus oder fährt man da durch? Nein, der bleibt hin und wieder stehen, der Zug. Zum Beispiel bleibt er bei der russischen Grenze stehen, weil da kann er nicht mehr weiterfahren, weil die Schienen dort breiter oder nicht so breit sind. Die müssen das komplette Fahrwerk des Zuges umbauen vor Russland, weil sonst kann der Zug nicht durch Russland fahren. Also da gibt es verschiedene Spurbreiten, die Eisenbahn betrifft. Genau, da bleibt man dann einmal zwei Tage dort stehen und dort wieder nichts. Und es gibt Menschen, die direkt an dieser Bahnstrecke leben, das sind so eigene Dörfer. Und diese Menschen und die Kinder, die leben davon, dass dieser Zug da durchfährt, einmal in der Woche. Und verkaufen dann so selbstgebastelte Dinger und selbstangebautes Lebensmittel. Auf jeden Fall ist es ja wirklich entschleunigend. Und da fährt man zwei Wochen mit dem Zug und schaut aus dem Fenster und es ist immer nur Gegend. Dort ist ja nie irgendwie was. Fährt durch Sibirien durch, dort ist nichts. Und das ist irgendwie cool. Das ist eine coole Vorstellung. Zwei Wochen, nichts zu tun. Ohne WLAN. Ohne Handy. Nur mit einem Buch. Oder zehn Bücher. Oder? Ja, ich überlege gerade, woher dieser Wunsch rührt. Hast du einfach den Wunsch oder das Bedürfnis nach Ruhe? Ich will gerne einmal in meinem Leben erreichen. Das ist ja jetzt kein Wunsch, den man sich eigentlich nicht erfüllen kann. Aber es ist in unserem Alltag schwierig, beziehungsweise einfach in unserer schnelllebenden Zeit einfach schwierig. Ich würde einfach gerne einmal eine Zeit lang so verbringen, dass man so richtig fad ist. Okay, da habe ich einen Tipp für dich. Sogar in Linz. Das Eremitenzimmer. Genau. Im Neuen Dom zum Beispiel. Das kann man buchen. Ist leider über ein Jahr schon ausgebucht. Aber das wird mir vorkommen wie ein Gefängnis. Wieso? Da kannst du ja raus. Du bist ja da nicht eingesperrt, um Gottes Willen. Du musst nur halt dein Handy abgeben. Du hast deine Essenszeiten. Das holst du von unten. Muss man da schweigen auch? Naja, du hast ja keinen. Du kannst mit dir selber reden. Dürfen wir das? Es gibt ja ein Schweigekloster. Nein, nein, das ist was anderes. Ein Eremitenzimmer. Das ist auch ganz spärlich eingerichtet. Ich glaube, Eremiten sind ungezieferne. Das sind Termiten. Achso, Entschuldigung. Das hoffe ich nicht, dass Termiten dort im Eremitenzimmer sind. Aber das ist, du hast zwei Kochplatten und ein Fenster, ein kleines Tischchen, ein Einzelbett, ein Badezimmer natürlich. Recht viel mehr ist es auch nicht. Da musst du das Handy abgeben. Also jegliches digitales Krimskrams. Vielleicht ist es gar nicht so, die Ruhe, die ich suche, sondern irgendwie so, das mit dem Zug fahren, das hat schon irgendwie was. Also du wirst ausschauen. Ich will mit dem Zug fahren. Ich würde mit dem Zug fahren. Ich liebe Züge. Genau, eben. Züge sind geil. Echt, wirklich? Ja. Das kann ich leider so nicht bestätigen, bei mir zumindest. Was ist dein Wunsch? Es hat tatsächlich auch was mit Reisen zu tun und eigentlich mit über den Schatten springen. Also ich reise sehr gerne, aber war halt immer irgendwo in einem Hotel oder in einem Hostel oder in einem Apartment oder so. Oder bei einem Tinder-Date. Ich habe noch nie getindert, aber ein Wunsch von mir, aber auch schon, den habe ich schon gehabt, bevor ich Mutter geworden bin, ist so einen Bus nehmen, den kannst du ja mieten, der ausgebaut ist. Weißt du, der, wo man drinnen schlafen kann? So wie meiner. Ja, genau. Nur halt so was selber machen konnte ich halt nicht. Und dann da ein Jahr lang damit herumfahren mit der ganzen Familie. Und wirklich weite Strecken und so eher. Ich war halt dann mehr so an der Meeresküste entlang und dann halt Spot suchen, wo man vielleicht surfen kann. Und welche Meeresküste, von welchem Meer? Ich habe da überhaupt gar keinen Plan, wohin. Also irgendwo, wo Meer ist? Irgendwo, wo Meer ist und da dann halt herumfahren. Es muss ja nicht nur allein sein, man kann ja dann mit der Fähre und so weiterfahren. Aber so wirklich so ein Jahr lang autark mit der Familie unterwegs sein, wo man wirklich nur Familie ist und halt, wenn es möglich ist, da ein Jahr lang mit den finanziellen Mitteln leben kann, die man halt hat. Und sich so selbst auf sich besinnen. Ohne große Aufgabe und ohne einen großen Ziel. Einfach, hey, das gefällt mir da gerade voll. Parkplatz XY, da bleibe ich jetzt drei Tage. Und wenn es mir fünf Wochen gefällt, bleibe ich fünf Wochen. Und dann weiter. Und das ist was, das würde ich voll gern machen. Ich glaube, dass das auch für eine Familie cool sein kann, weil es einen mehr verbindet. Und meine Tochter ist gerade in einem Alter, wo es noch nicht schulpflichtig ist und das letzte Kindergartenjahr lässt auch noch auf sich warten, das Verpflichtende. Das ist ein kleiner Teaser. Nächstes Jahr sind wir nicht da. Nein, nein, ist kein Teaser. Was nämlich da bei diesem Wunsch mir vor allem im Weg steht, bin ich selbst. Und das ist meine Angst davor. Ich kunde das wahrscheinlich schon und sie mal ausbauen und so, aber ich hätte einfach Angst davor. Und darum, es ist leider immer noch ein Wunsch. Aber trotzdem muss man trotzdem sagen, es ist ja eigentlich so ein kleiner Hobby-Psychologen-Podcast, weil wir beide hätten ja sagen können irgendwie Insel oder Flugzeug oder Villa mit 78 Schlafzimmern oder keine Ahnung irgendwas, Haus am See. Yacht. Oder Yacht oder teures Sportauto. Aber wir beide, vielleicht sind wir ja stellvertretend für die Menschen, suchen eigentlich nur Zeit und Erlebnisse und schöne Dinge und Zeit für sich selbst. Das stimmt, aber ist es nicht tatsächlich so? Also ich spüre das extrem, vor allem wenn ein neues Jahr angebrochen ist, dass so die Zeit wahnsinnig schnell vergeht. Das wird einem ja immer bewusst, wenn dann halt irgendwie Silvester ist. Und dass man eigentlich wirklich die wenigste Zeit in seinem Leben, zumindest bei mir ist es so, weil ich habe halt Familie, mit der Familie verbracht wird. Weil ich arbeite viel, mein Mann arbeitet viel, mein Mann kommt am Abend zurück. Und dass wir so drei als Familie sind, ist genau zwei Stunden am Tag unter der Woche. Und das ist eigentlich wahnsinnig wenig. Wir schauen, dass wir das qualitativ hochwertig gestalten, eh klar, und mit viel Liebe und so. Aber es ist eigentlich wahnsinnig wenig Zeit. Ich verbringe mehr Zeit mit dir, Christian, als mit meiner Familie unter der Woche. Das ehrt mich sehr. Ja, ich komme ja nicht aus. Ah, okay. Aber natürlich, ich verbringe ja auch gern Zeit da und es ist ja auch voll lustig und ich bin ja auch froh, dass mir da Jobs Spaß macht und dass du kein Arsch bist und so. Aber dieses Bedürfnis nach mehr Zeit für sich und der Familie, das wird schon immer mehr, je älter ich werde. Kennst du diese Insta-Videos, wo der Typ mit dem Mikrofon durch New York geht und einfach irgendwie Leute interviewt? Das kenne ich schon, aber der macht auch mehrere verschiedene Themen. Genau, da gibt es also ein Thema, irgendwie so eine Wohnung anschauen und dann gibt es so ein Thema, wo der Leute fragt, wie alt sie sind und womit sie ihren Lebensunterhalt quasi bestreiten, wie wir das verdienen. Und letztens habe ich das gesehen und da hat einen älteren Mann gefragt, der hat gesagt, wie alt sind Sie? Und der sagt halt irgendwie, keine Ahnung, 65 oder so in die Richtung. Und was er beruflich macht, sagt er, er ist schon in Pension. Und er sagt, was würden Sie jetzt als 65-Jähriger um jungen Menschen wie mir mit auf den Weg geben? Was würden Sie mir raten? Und er sagte, schau, dass du so viel wie möglich Zeit mit deiner Familie verbringst und nicht so viel arbeitest. Weil das einfach, das ist zwar cool, weil du erfolgreich bist und im besten Fall auch halbwegs Kohle kriegst dafür und dir dann irgendwas Cooles kaufen kannst. Aber irgendwann bist du 60 und denkst, jetzt habe ich den ganzen Schaß und habe aber nichts erlebt. Ganz ehrlich, wenn ich sowas sehe auf Instagram, da bin ich immer zutiefst berührt. Ich kriege da Tränen in den Augen, weil es wirklich ein großer Struggle ist für mich auch dieses Zeitthema und zu wenig Zeit für die Familie, weil man da immer ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat als Mutter und man will alles unter den Armhut bringen, Mutter sein, Karriere, Frau sein und so weiter. Und das schafft man halt, man kann es ja nicht allen recht machen, das schafft man halt einfach nicht. Und wenn dann jemand sowas sagt, der gerade in Pension ist und der halt einfach sein Halbertsleben gekackelt hat, der wird schon wissen, von was er redet. Eben. Und das ist schon sehr berührend. Das hat auch mich beeindruckt, weil der steht super da, der steht ja irgendwie so cool angezogen und rasiert und haargeschnitten und so und eine echte Fäscherkampe von einem 65-jährigen Mann. Und er sagt, aber es ist eigentlich alles wurscht, was du erreichst und was du kaufst, weil wichtig ist halt irgendwie, er sagt er, so viel arbeiten müssen immer, dass ich meine Kinder gar nicht gesehen habe. Und was bringt dir das dann, wenn du 65 bist? Nix. Klar, weil die sind aus dem Haus schon lange und haben selber Familie. Sind wir heute deep in unserem Podcast? Jetzt müssen wir mal durchatmen da. Aber natürlich sind das jetzt große Wünsche von uns gewesen, von Christian und von mir. Eure Wünsche hätten wir natürlich auch gerne gewusst, weil die zahlen wir. Live Radio zahlt. Meldet euch auch auf liveradio.at immer dreimal. Kurz vor sieben, kurz vor zehn und kurz vor vier. Wir zahlen nicht nur Wünsche, wir zahlen auch Dinge, die ihr euch schon gekauft habt. Zum Beispiel Rechnung. Vielleicht zum Beispiel die Rechnung von der Fahrkarte von der Transipirischen Eisenbahn. Genau. Aber was haben wir denn gehabt diese Woche? Wir haben gehabt... Einen Kindersitz heute haben wir bezahlt. Einen Staubsauger haben wir bezahlt. Staubsauger haben wir gehabt. Eine Palme, die war zweieinhalb Meter hoch, die war sehr teuer. Was haben wir noch gezahlt? Schuhe. Schuhe. Sneakers. Sneakers. Genau. Genau, Wunsch, Sneakers. Ja, und eure Rechnung und eure Wünsche hätten wir auch noch gerne. Und eure Anregungen beziehungsweise Kritik oder einfach Fragen, die ihr habt vielleicht einfach an uns schicken. Oder ihr habt vielleicht einen Tipp, wie man mal ein Jahr lang aussteigen kann und wo man mit der Familie mit einem Bus hinfahren kann. Auch sehr gerne. Kann man den Bus auf einem Eisenbahnwagon draufstehen vielleicht? Das war ja geil. Dann hat man sein eigenes Klo mit. So. Sterne wären auch nicht schlecht. Ja, fünf am besten an der Zahl. Dat uns einfach bewerten, wie euch der Podcast taugt. Das hilft uns, das hilft euch. Und wir hören uns auf alle Fälle nächste Woche Donnerstag, pünktlich elf. Frühstück für Morgenmuffel, der Podcast zu Perfekt Gewäck mit Zettel und Speer.